Hallo, grüß euch und schönen guten Morgen hier von den Langbadseen in Oberösterreich. Wir haben die letzte Nacht in unserem Citroën Space Tourer verbracht, den wir mit dem Sportmodul ausgestattet haben. In unserem Sportmodul haben wir eigentlich alles verbaut, das man zum Campen braucht. Wir haben einen Platz zum Schlafen, wir haben Stauraum und wir haben eine Küche, aus der man regionale Lebensmittel genießen kann. Konstruiert ist das Ganze aus hochwertigem Aluminium und damit man möglichst lange Freude an seinem Produkt hat, haben wir das Ganze auf 200 Kilogramm belastbaren Schwerlastauszügen mit Einhandbedienung platziert. Nachdem ich eine angenehme Nacht auf der perfekt angepassten Sedam-Matratze verbracht habe, wird das Bett verstaut und ich kann mich nach hinten begeben und mir ein Frühstück zubereiten. Die Küche selbst bietet noch viel Stauraum für Sachen wie Lebensmittel, Besteck, Geschirr, einen Kocher oder auch unsere Spüle. Bei der Spüle ist es so, dass sie autark vom Fahrzeug funktioniert, einen Akku eingebaut hat und so bietet es mir auch am Wasser fließendes Wasser. Wenn wir die Küche wieder verstauen, haben wir im rechten Bereich unseren Stauraum, wo man seine ganze Kleidung verstauen kann. Im unteren Bereich gibt es dann noch zusätzliche Plattformen mit Anti-Rutsch-Matte, um auch einmal Getränkekisten oder ähnliches im Alltag zu transportieren. Ja, so einfach, so smart ist unser Produkt. Ich hoffe, dass wir euch das ein bisschen näher gebracht haben und wenn irgendwelche Fragen auftauchen, gebt es Bescheid, tritt mit uns in Kontakt, schreibt uns eine E-Mail auf vanlife.easygoing.com oder benutzt die Chatfunktion auf unserer Webseite. Danke, wir gehen jetzt eine Runde wandern. Bis bald!